Merchan, gib mal schwarz bitte Ich geb den schwarzen Immer für die Streams bisschen lustiger sein hier Jetzt fang die Diskussion wieder an Lass mal bitte alle Richtreiß weg losreden mit Merchan Atria, komm mal kurz zu unten rechts Ganz kurz, kannst du bitte mal rücken Atria, dreh dich mal um Oh, kurz, ich hab ne Oh nur Oh nur, komm mal kurz zu mir bitte Oh nur Komm mal kurz zu mir bitte Was willst du von mir? Komm mal kurz zu mir Komm mal kurz zu mir Komm mal T-Shirt hoch Zwischen meinen Arsch und die Shisha, nimm mal raus Aber seid vorsichtig Ey Jungs, hör nicht euer Ernst Diese Shisha-Buster-Troffs noch groß Ur fehlt, Ur fehlt Jungs, Ur fehlt Oder Ur ist los, das kann drei Tage dauern Oder Ur, dann er sagt, ey ich hab auf einmal Asienzwerda, ich spende euch nicht Was Ur Jungs? Ohhhhhhhh Unur Ja Wallah, wir sind Muchacho Boys Wallah, hört ihr mich immer nach? Ja jetzt hörn Wallah, ich bin mal Was für ein Drecks, äh, Discord-Channel Erleih, bist du Muchacho? Was? Männer, ich erklär euch jetzt wie unsere Feinde aussehen Warte, ich komm gleich Jeden, den ihr seht, jeden der sowas an hat, Jungs Direkt abstischen, guck dich mal an Hahaha Direkt abstischen Jungs, Wallah, sag nicht mal Hallo, nicht zu einer Weikung direkt stiche Boop, boop, boop Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ich hab die jetzt schon mal Wir ficken ganz durch, ey Ich komm doch auf, ey Jalla, 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 Jalla Shopping den Gassen, Shopping den Gassen Pick ihn, pick ihn, help, pick ihn Eeeeh, lecker, lecker, lecker Lecker, 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 lecker Was ist los? Was ist los hier? Vizca Barca, Vizca Catalonia Ja, aber ihr seht Er hat Geburtstag. Jalla, jeder einmal rein Nein Nein Lass mal bitte Ode erstmal reinkommen kurz Seid mal leise Guck mal was ich mit euch machen werde Ich werde mich selber töten Geht nicht Ich komm nicht rein, was für ein Dreckserver Du musst unten rechts, was steht bei dir unten rechts Was steht bei dir unten rechts in der Ecke? Europa Sorry, ich bin nicht mehr bei den Muchachos Ich bin ab heute ein Carlito Das ist einfach Die Carlitos kriegen mehr Geld Wir haben eine stabile Gruppe Wir haben die Jungs lassen den Askan erklären Jungs Walla beruhigt euch Lass mich erklären Lass mich mal erklären Du bist ein Verräter, erzähl Bruder Walla, ich geh dorthin Ich guck auf den Boden Da ist 4 Euro Er meinte kommst du den Carlitos 4 Euro? Bruder, 4 Euro Leins Maus fressen Walla, vertraue mich, ich bin nicht so einer Du hast mich enttäuscht, ich habe aber auch meine Gruppe jetzt gewechselt Die Dicke ist bei den Doktoru Komm zu den Türken Männer kommst du den Carlitos Oh Walla, ich bin Türke Lass mich jetzt oder machen wir immer noch Scheiße hier Ganz kurz, ganz kurz, was es angeht Wer den Call macht, also Emergency Oder die Leiche findet, der redet zuerst Und falls es einen Angeklagten gibt Redet der als zweites Lass mal Armin gegen Retosfiel 12, da ist kein Pass, das geht so 12, da ist kein Pass, das geht so Ich mach immer so eine Rindelne Aus Corona, also, ich guck mal gar nicht Ich glaub da keiner hinläuft grad Was soll mal passieren Junge? 12 Sekunden später Ach ja, es wird schlimm, okay Uru, Uru redet zuerst Nicht, hä? Du hast noch Was ist denn los, Junge? Ich höre ihn nicht, ich höre ihn nicht Uru, er ist doch der, der den Imposter tut Hey, hey, hallo Ja Ich nicht Uru, du bist richtig leise Du hast die Seiten nur gehend Ich bin mit Airpods verbunden Ah, ich weiß warum, warte Skipp mal einfach, Jungs, skipp mal einfach Ey Walla, warte Warte doch mal kurz Walla, ohne Simi mich aufregt Skipp dir dein Wartgesang mal kurz Oder hat Hunde so umso schwer Vielleicht sagt er, er hat einen gesehen Enes gesehen den Hund Sag Walla, ich war doch mit dir zusammengegangen Aber ich hab doch Enes gesehen Aber hast du gesehen, wie er jemanden tötet? Ja, ich hab Yasin Enes gesehen Nach Yasin, auf einmal Enes ist von mir vorbei gelaufen Und auf einmal passiert diese Ja, ich hab nicht Warte doch mal, ich hab nicht Warte doch mal, ich hab aufmelden Ich hab nicht Die haben Endes gefickt, Wallah die haben Endes gefickt. Wallah wie lustig. Junge mach mal aus. Der Junge, es kann nur Endes sein. Dummer Hund. Ich wusste es. Ich hab ihn unten in diesem Raum gesehen. Dieser Engine Raum. Wem? Armin. Wer war neben mir? Ur. Ur ist sowieso keine Hilfe. Junge, aber allah willa schwimmen doch nicht. Wir sind gestiegen töten. Was Junge? Ist ja bewusst keine Hilfe. Klar ist Fit Night Boy, Junge. Wer ist noch für dich? Wer ist noch für dich? Jungs, ich wollte eigentlich das letzte Ding sagen, wo einer gefunden wurde, aber kam nicht dazu. Wo jemand sabotiert hat. Links muss man doch unten einmachen und oben. Ich war unten und hab Armin gesehen, wie er oben gemacht hat. Deswegen sag ich, Armin ist es safe. Ja und es kann Fatih auch nicht sein. Weil Fatih war mit mir gerade. Lack hundert Prozent, Ibo, 100 Kilo. 100 Kilo Ibo. Ich sag, 100 Kilo Ibo. Ich sag, 100 Kilo Ibo. Ich sag, 100 Kilo Ibo. Warte, 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 warte. Ich warte mal erst mal. Ich sag, Fatih nicht mal einen Schuss. Sondern Armin? Ich habe einen Schuss. Ah, Armin stimmt. Ja, ja. Auf einmal Armin stimmt. Warte. Ah, Junge. Wallah. Sag nicht bei ihnen aufs Prinzip, weil er Fits macht. Mit Abstand die geisteskrankste Truppe überhaupt. Ich muss euch mal was sagen, Jungs. Die sind schon Unterhaltung pur. Crazy Shit Man. So, Armin ist schon mal 100 Prozent. Die Frage ist, wer ist der Zweite? Die Frage ist, wer ist der Zweite, ne? Ah. Unruh, glaub ich, oder? Errei und Unruh sind's, oder? Stark, Errei. Stark. Hat der Atakan einfach einen Schuss in den Rücken gegeben. Stark kombiniert. Jetzt noch links den Reaktor aktiviert. Nice, Errei. Nice. Nice. Unruh muss nur noch einen töten und dann ist es vorbei. Uff. Safe, Fatih und Unruh nicht. Ich war ganz runde mit dir. Ja, Unruh war nicht. Ganz runde. Ich denke, ich denke immer noch Merchant. Ich denke immer noch Merchant. Merchant-Prinzipsache. Jungs, warte. Wallah, warte. Ich will keinem beschreiben, aber... Ich will gar nicht, ja. Einfach auf Merchant. Sag nur, was ich denke. Unruh, Quatsch. Ja, aber ich finde die Regel trotzdem geil, dass der reden darf, der die Leicht findet. Aber ich will nicht. Hey, Junge. Ich sage dir? Mach. Ich bin wieder rausgeflogen, ja. Fick dir dieses... Äh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Junge, nicht einmal Imposter oder was? Einmal Imposter sein nur. Einmal, ja. Ein, ein... Let it snow, let it snow, let it snow. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Oh my god. Schattig. Dennis, wir sind doch gerade rechts beide reingegangen. Obrecht. Ja. Warum gehst du runter allem? Er war oben. Was denn? Er war über uns. Du hast ihn nicht mal gesehen. Du bist vorbeigelaufen. Warte mal, ich kann nicht mal mehr laufen, was ist passiert? Ach mein Gott, wo Allah, der irgendwas klatscht. Nee, gar nicht. Ähm, du. Also, bist du sicher, dass das Alice nicht schön ist? Also, er ist... Ich weiß nicht, ja. Er kam... Wenn er so dumm ist, dass er ihn da wirklich gesehen hat... Ey, wo hast du den Kunden? Oben, gerade oben rechts. Ich seh grad nicht. Also, guck mal, bei mir... Ich seh ich wie gerade. Ja, warum? Da war's, haben wir rausgefangen. Danke. Ja, man kann nichts sagen jetzt. Ich skipp da nicht. Ich hab ihn unten rechts. Ja, ich würde auch skippen. Kondis has left the game. Warum hab ich nicht Ur gewählt, ja? Er sah sowieso raus. Als ob wir jetzt sechs kommen, warten müssen wir ihn ja... Wie war euer Tag, Jungs? Gut, Alhamdulillah, alles super. Stark, ja? War gut, ey. War gut, ey. Ein paar Kinder gewickelt. Amir. Ja. Wer hat's gekillt? Eine sehr eklige Person. Guck mal, guck mal, guck mal. Jungs, nur mal so, ja? Das war wie ein kleiner Hinweis gerade. Er hat davor gesagt, so, ey, du bist richtig eklig. Letzter hat er gesagt... Oha, er zieht doch den Prison Break Move einfach. Ey, hört ihr mich wieder? Einfach eine Minute gewartet wegen dir. Warum ist da mal wieder Amir tot, ja? Das letzte Mal noch, ey. Oha, Jungs. Tönt sich ein Böto. Irgendwann ist es ein Böto. Ich muss die muten, Jungs. Es geht nicht. Die kommen nicht zu einem Schluss. Wenn die anfangen, über ein Thema zu lachen, geht's bis... Es hört einfach nicht mehr auf. Ich wette, wenn ich mich jetzt... Guck mal, ich entmute mich jetzt. Wetten wir, ich höre wieder was? Erstaunlicherweise nicht diesmal. Warum macht keiner auch das Licht wieder an, ne? Jeder ignoriert das einfach! Ich bin gerade runter gegangen, um Licht zu machen und dann war Ur mit der Leiche... Oh, ich schwöre, oh Allah. Ohne schwören. Ich bin runter gegangen, um Licht zu machen und dann war er sozusagen tot neben Ur. Ja, darf ich auch dazu was sagen? Oder jetzt? Nein, du hast Walla gesagt. Also eigentlich ist es sinnlos. Mal lass ihn, egal. Ich spiel doch erste Runde mit. Lass ihn. Ja. Sag was du willst. Ich hab Walla dann wieder zurück... Mann! Sag wieder Walla, ja. Ich meinte, wo ich ankam, Ibo kam von irgendeinem Versteck hoch. Und Yassin lag einfach. Ja, ich lag auch da, ja. Jungs, ich lag auch da. Ich kam von links, er sagt aus irgendeinem Versteck einfach. Versteck? Ja, du kamst doch von irgendeinem Versteck. Ey, Yassin, wem hast du gewählt? Ich nehm Ur. Also, Yassin wählt mir zu schnell. Und die zweite Sache ist, als das Licht ausging, wurde er die ganze Zeit davor hin- und hergelaufen. Und er hat gewartet bis... Ey, aber warte mal. Ich habe Aufgaben gemacht, rechts. Yassin, ich will Yassin nicht. Er war doch gerade rechts mit mir und Mechel. Ich mach rechts mit dir Aufgaben machen. Yassin, was denkst du, wer es ist? Ich sag immer noch Ur. Ich will dann auch Ur. Darum hört der auch auf Yassin! Ich war auf meinem Vatel, ich bin bei Kongschen. Ich geh hier, O. Ich hab ein Kanzler zu nehmen. Ich bin normal, es ist ein Dornosik. Du bist ein Augenblick. Volt kick, Mertjahn! Volt kick, Mertjahn! Werder ihn war es nicht, wer, wie haben wir gesagt, wer war es? Ich gehe Light fixen, einfach Attacke, das ist neben Leiche. Hast du gesagt, was du sagen willst? Ja. Ich habe meine Aufgabe unten gemacht, als ich links unten war, war auf einmal das Licht weniger und erst zu der Leiche gelaufen direkt. Was, wo war die Leiche überhaupt? Ganz unten links im Stromraum, er hat sie dann direkt reportet, ich hatte nicht mal die Möglichkeit was zu drücken. Nein, du bist, hä, ich bin gerade selber in den Raum reingelaufen. Ja, und ich auch. Nein, du warst schon oben bei den Aufgaben. Ja, ich war oben, aber die Leiche war sogar unten, ja, bei dir. Natschan, wen hast du gevotet? Hä? Ja, du kannst doch sagen, du musst doch sagen. Attacke, das ja. Ich verstehe. Wenn dann, ich bin zu auffällig. Stark, starkes Ding. Ich habe das Gefühl, dass er es nicht ist. Wala, ich weiß nicht, aber. Wieso, wieso? Wieso, wieso? Wieso ist das? Wieso ist das Attacke und Safe? Oh, starkes Ding. Evo, du frisch Scheiße. Aber krass. Evo, du bist ein richtig Schick, nigga. Jungs, jetzt ohne Spaß. Wala, Evo hat für mich so ehrlich geredet. Wala, ich habe selber geglaubt. Wieso? 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 Was? Was? W-W entitung. Ankur. Ist ja wohl so knapp. Ich bin euer Ansatz. Tja. Tja. Das war es. Und du bist. Wieso? Wieso? Bis zum nächsten Mal.